Ihr wollt mit 100 Euro eine Gameboy-Sammlung anfangen und das bei den aktuellen wirklich krassen Preisen? Das wird doch eh nix. Oder doch? In diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen super Grundstock für eure Sammlung legen könnt. Okay, fangen wir an. Wir haben 100 Euro und wir brauchen neben dem Spiel natürlich auch erst einmal eine Konsole. Und da haben wir gleich das erste Problem. Boah, sind diese Dinger teuer, wenn ihr auf eine gute Erhaltung Wert legt? Der klassische Gameboy in einem guten Zustand überholt, verkauft sich auf Ebay derzeit so um die 90 Euro. Na toll, da wäre das meiste Geld ja jetzt schon weg. Und seien wir mal ehrlich, das Display vor dem Ding war damals ja schon nicht so der Burner. Mit der fehlenden Hintergrundbeleuchtung ist das eben so eine Sache. Damals war das ja noch okay, aber mittlerweile haben wir uns ja schon in unseren Sehengewohnheiten in eine andere Richtung orientiert. Es gibt natürlich mittlerweile auch Ersatzdisplays, die dieses Manko ausgleichen, aber dann sind wir gleich zusammen bei weit über 100 Euro. Also, was machen wir? Es gibt zum Glück auch Alternativen. Ich habe euch vor einiger Zeit das FPG-BC-Kit vorgestellt. Komischer Name, ich weiß. Aber das Ding ist richtig gut und kostet mit allem drum und dran knapp 73 Euro. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist denn das jetzt für ein Ding und wieso ist das auch gut? Das ist quasi ein neuer Gameboy mit einem 1A-Display, der mit der sogenannten FPGA-Technik arbeitet. Grob zusammengefasst emuliert das Ding die Hardware des Gameboys quasi perfekt. So könnt ihr hier problemlos alle Spiele zocken und habt keine Nachteile der Software-Emulation. Ihr seht es an den Bildern, 1A-Display, Knöpfe und so weiter sind prima. Und ihr habt hier sogar einen Akku verbaut. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht immer mit Doppel-A-Batterien rumhantieren wie beim Original. Sprich, ihr habt hier eine neue Konsole, die die Hardware perfekt emuliert zu einem günstigeren Preis. Ihr könnt euch sogar auch das Aussehen noch anpassen. Einziger Nachteil, das Ding ist ein Bausatz. Ihr müsst hier aber nicht löten oder irgendwie sowas. Ich habe es hingekriegt und dann solltest du das auch wirklich durchaus schaffen. Kommen wir jetzt zu den Spielen. Wir haben noch so ungefähr 28 Euro über. Na klar, Link's Awakening muss natürlich dabei sein. Und Metroid, ja, nein. Sorry, dass ihr euch jetzt wirklich enttäuschen müsst. Auch wenn die Spiele natürlich Pflicht für jede Sammlung sind. Die sind halt auch teuer mit jeweils ungefähr, nein, so ungefähr 30 Euro das Stück. Will eben einfach jeder haben. Deswegen stelle ich euch jetzt ein paar Spiele vor, die die Essenz des Game Boys gut einfangen, aber nicht teuer sind. Fangen wir mit dem ersten Titel an. Puzzle. Der Game Boy ist natürlich perfekt, der eigentlich für solche Spiele. Die brauchen in der Regel einfach nur ein gutes Spielprinzip und nicht opulente Grafiken oder ähnliches. Warum denken wir da zuerst? Richtig. Tetris. Kostet aber schon so um die 14 bis 15 Euro. Das geht aber noch billiger. Holt euch Tetris Plus. Das kriegt ihr schon mit etwas Glück für so ungefähr 8 bis 9 Euro. Und es ist eine erweiterte Version. Ich weiß. Überraschend bei den Namen. Neben dem klassischen Tetris-Erlebnis habt ihr sogar noch eine Art Story-Modus, die mir zwei kleine Archäologen begleitet. Ihr habt immer ein Feld, schon teilweise vorausgefüllt. Einer der beiden kleinen Protagonisten ist auf dem Spielfeld. Eure Aufgabe ist jetzt klar, der muss den Boden erreichen. Also stapelt ihr klassisch die verschiedenen Spielsteine so, dass komplette Reihen verschwinden. Dabei habt ihr aber immer Zeitdruck, da von oben eine Stachelfalle nach und nach abgesenkt wird. Das macht schon so einiges mit dem einfachen Spielprinzip. Für Puristen gibt es da natürlich auch noch den klassischen Modus. Also, okay. Wieder Geld gespart. Wir sind so bei ungefähr 20 Euro angelangt und wir haben schon ein Spiel für das System. Okay, wofür ist der Game Boy jetzt noch bekannt? Natürlich Plattformer. Und da denkt man natürlich auch zuerst an die Super Mario Lern-Serie und das natürlich zu Recht. Das sind die besten Spiele des Genres auf dem System. Problem aber auch wieder hier. Wenn das Modul nicht komplett abgelutscht sein soll, kostet die Teile mindestens 15 bis 20 Euro. Das geht noch günstiger. Und da empfehle ich euch Asterix. Das geht ja schon für einen stabilen Fünfer und ist echt ein gutes Spiel. Allgemein sind in der Regel alle Plattformen dieses belgischen, französischen Comics von Infogrames zu empfehlen. Ihr seht hier im eingeleiteten Gameplay, dass die Grafik und so weiter sehr an den ersten Super Mario Lern-Teil erinnert. Und es spielt sich eigentlich auch so. Es erfindet das Genre natürlich jetzt nicht neu und es kommt nicht ganz an die Qualität von Mario heran. Aber es ist trotzdem ein Tip-Top-Spiel. Vor allem zu dem Preis. Ich meine für einen Fünfer, was will man da falsch machen? Und wisst ihr was? Der Nachfolger ist auch erste Sahne. Asterix und Obelix sieht einmal nochmal viel moderner aus. Das Gameplay wurde in Details etwas verbessert. Und kostet nur so um die 6 Euro. Wie der Name es schon sagt, spielt er hier nicht nur Asterix, sondern auch seinen stabileren Kollegen Obelix. Zusammen bereist er in die damalige römische Welt, vermöbelt Römer und überwältigt Plattformenabschnitte. Also wunderbare Sache. Zwei Plattformer zu einem günstigen Preis als ein Mario. Wir sind jetzt mittlerweile bei drei Spielen auf der Konsole und haben noch so ungefähr 9 Euro über. Viel passt da natürlich jetzt nicht mehr rein. Aber da ist so Platz für eine wichtige Grafikbombe. Moment mal. Grafikbombe? Auf den Gameboy? Geht das? Aber natürlich. Und zwar mit V-Rally Championship Edition. Das ist erst sehr spät erschienen und naja, schaut euch doch einfach mal das Gameplay an. Dass so etwas auf den Gameboy herausgeholt werden konnte, finde ich immer noch sehr faszinierend. Was erwartet euch hier? Im Prinzip ein klassisches Rallyespiel. Ihr könnt hier aus realen Autos aussuchen und über diverse Pisten brettern. Dabei spielt sogar das Wetter und die Untergründe eine Rolle. Vergleich das mal mit den Rennspielen, die am Anfang des Gameboys erschienen sind. Richtig beeindruckend, wie ich finde. Das Spiel kostet immer so ungefähr 9 bis 10 Euro auf Ebay. Also theoretisch könnt ihr das Budget um 1 Euro überschreiten oder ihr wartet halt auf eine Auktion. Da das Spiel nicht so wirklich bekannt ist, bekommt man es auch oft sehr günstig. Also, unsere 100 Euro sind jetzt aufgebraucht, aber wir sind, denke ich mal, super ausgestattet. Wir haben vier Spiele aus einigen Genres und eine neue Konsole mit einem 1A-Display. Damit kann man, denke ich mal, auch gut starten. Was würdet ihr bei den Spielen mitnehmen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich hoffe, meine Liste hat euch so etwas weitergeholfen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut!